Jetzt kommen noch einmal leise und nachdenkliche Töne, aber ich meine, bei einer Nacht der Lieder dürfen rein akustische Instrumente und Volkslieder eigentlich nicht fehlen. Und das, obwohl Volkslieder ja lange im Bewusstsein vieler junger Leute völlig verdrängt worden sind und daran ist ja auch mancher Musiklehrer schuld. Aber ich meine, so wie die Gruppe es bringt, kann man Volkslieder, internationale Folklore neu und anders erleben. Mit Zupfgeigen, Hansel! Applaus 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 Applaus